Ja, was willst du machen, was du sagst? Achso. Danke. Dann heil ich den Daniel. Daniel! Wo ist er denn jetzt? Hier. Ich kann mich auch selber heilen. Nein, alles gut. Du willst ja nur in der Statistik oben stehen, die meisten gehalten sich wieder. Richtig. Oh, sorry. So, haben wir jetzt irgendwie... Ach, die Post. Los, los, los. Achso, warte mal, Pistol? Kann ich auch, ne? Guck mal. Mopi, willst du nicht den Ding jetzt mitnehmen? Smoker, oder? Okay. Was denn mitnehmen? Den Depi. Achso. Ich dachte, deswegen hättest du mich geheilt. Pass auf, hier ist auch was. Naja, ich hab's gehört. Irgendwo ist eine lange Zunge. Da vorne ist da vorne. Und Splitter. Und Splitter. Ich glaub, wir müssen versuchen mehr durchzurennen. Naja, da geht's nicht lang. Naja, zumindest da hinten am Ende muss man... Weine kommen, einfach. Ist doch scheiße, aber es ist... Na gut. Ach, da seid ihr schon. Ich dachte, ihr seid mal hinten. Nein. Ich hab euch nicht gesehen. Scheiße, Lies. Soll ich... Naja, hier. Helikopter. Schmäh-Likopter. Der Tank kommt wahrscheinlich mit der Witch-Lift zusammen. Hunter, 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 Hunter. Und Tank. Oh, Tank. Tank. Äh, Tank meine ich doch. Der ist tot. Hallo, schieß doch. Na. 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 Na, bist du dumm, oder was? Der braucht aber halt auch immer drei Jahre, wenn der einmal die Waffe aus der Hand genommen hat, weil er vom Hunter erfügelt wurde. Dann braucht der halt auch immer drei Jahre, um die wieder in der Hand zu nehmen. Da muss er erst mal nachladen. Also, entsichern, so rum. Das dauert immer ewig lange erst. So. Ist da was drin? Rohbombe und Molotow. okay ich nehme eine bombe ob du solltest das vielleicht nicht mehr machen jetzt das jetzt mal vorher gesagt deswegen habe ich die piste genommen hier oben die adrenalin und pillen er kann es dafür ja auch nicht bekommen ich könnte es sonst nehmen ja du hast schön eingetreten ich war es da kommen hinter dir leid gesehen oben oben gesagt ach so nie oben sollte ich hin nein daniel nein komm her du bist du vielleicht ich bin bei adrenalin ist ja auch noch mal oben ja wir haben aber pillen oder adrenalin schon werden keines lots mehr richtig sinnvoll das ist schön ach das ist das augen geräusche hallo ich bin schon ich höre da wird und bitte die zwei nachladen runter runter das ist mein dach habe ich gerade gesagt ich fühle mich aber hier besser mein kart hat wieder seine die gegend rum und kräht ja hier ist noch ein medipack ja 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 die mann nehmen kann ja 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 ich sehe es wuppi komm hoch ja ich habe ich auch gerade ich glaube dann kann das mit dem pack noch nehmen ich nehme ja ich schieße gerade erst mal auf ja alles würde es definitiv licht oben jetzt jockey 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 wir sollten nicht alle anderen ja auch in aller richtung schließen sondern wir sollten sehen dass wir und gehen sollen wir sollen wir jetzt vielleicht mal sechs schieben immer nur so geschrecklich sind breit ja ich ja dann gerade was noch weiß egal okay das gibt es noch erst mal besitzt sich noch öffnen hier mokas 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 jetzt ungünstig also ich habe schon getötet ich liebe wir sollten alle in eine andere richtung gleich nehmen und nicht alle dieselbe dort abu ma gott gut getroffen ich bin zu dürfen ja ich sehe halt nichts alles gut ok los 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 mit das tut das ist nicht gelaufen laufen schmeißen rohr ja doch schadar hinter anter auf die rung anter ja selbst nicht mal irgendwie dann kann ich ja ich ich versuche schießen leute später ich bin tot ich bin tot ja gut jetzt ist sowieso vorbei ich wurde auch gezüngelt dann kannst du mich nicht wiederbeleben was er gut aus wir müssen halt mehr reden das ist das problem wir sind viel zu still deswegen bin ich ja immer so energisch vor allem wir hätten eben wenn du auf dieser plattform da stehen wenn das tor aufgeht sollten wir vielleicht nicht alle in eine richtung schauen und ich schaue ich schaue ich schaue ich bin immer in der hinsersten ecke und schaue dass davon jemand kommt aber ich werde auch immer so hingedrückt ja die sache ist wir haben eben zu dritt auf in die richtung hinter uns geschossen soll weiß er kontraproduktiv ist deswegen in eine richtung schießen und von den anderen drei seiten kommen welche also müssen wir uns eigentlich ich habe extra nur die einrichtung geschossen ja ich habe ich bin ich habe immer quasi richtung gebäude geschaut ja ich hatte eigentlich immer hinter uns gesagt gut jetzt hatte leistung dann habe ich versucht hinter uns das haus und mobi hat da jetzt aber auch in richtung hinter uns das ist das für mich das ist aber gegenüber von den eingängen hin zielt das ist praktisch dann ja dann auch ja so richtung richtung hinter ich meinte daniel dass der ich hätte nicht gesehen dass er dahin wo wir hergekommen sind hingeschossen hat sondern das saß in 90 grad dazu aus deswegen hatte ich extra mich da hingesetzt auf der plattform sind dann können wir sagen wo wir uns hinstellen ich möchte ja keiner so laden nach smoker wirklich ich doch smoker ja mädel lärm mal schießt den und da tschau 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 ich ich krieg dich hin erweite das renne ich eben kurz zurück und macht das eben wenn ich mit dir rennen wenn ich schlecht jetzt habt ihr auch was getrickt hat alter dann kann ich auch mal munition laden könnt ihr doch mal auch munition noch mal aufladen und dann ich habe die pistol die ganze zeit hier vorne damit ich halt keine munition verbrauch bis wir nachher hinten bin heute tür auf ihr meint immer darauf ist die piste gerade vora smoker gesehen oben am dach ja splitter aber nachladen sollen wir durch das gibt mir gute statistik ich mag echt gespawnt und tot da ist ein kopfdecker ich dachte du weißt wie man schießt und dass ihr witz ich weiß nicht ob das so easy ist ja doch du musst ja doch so nicht aus nach der licht aus weil ich mal drumherum hinter der gefehlt namen kennt ob ist da was nun eine tosse und katana achto hier kommt von bild kopi lauf 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 das sagt nicht so leid jetzt 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 davon spiel doch wir haben ja wohl und der bombe habe ich auch noch ja schon wieder irgendjemand mit seiner zunge ich bin bei mir ja ich stelle mich in die ecke ich sehe das mal sei wir können über die dächer vorsicht auf den dächer wir können die dächer vorsicht auf den dächer nach uns wachgeschichten wach wach ok joggen joggen ja 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 schauen wir runter und lohnt in den harten da liegt machen poliz molly okay also wer stellt sich jetzt wohin was ich stelle mich jetzt hinten hier ist der defi kann ich bitte niemand nehmen also ich würde wieder hinter uns noch ich will ich schaue jetzt dann ist sie gewann im slot für den dvd ich habe einer müsste auch da kommen die auch aus dann mache ich die treppe oder was hier ja du kannst auch machen dann mache ich da oben folge macht ja das war ja ich halte ich war okay jockey 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 in coming ich glaube jetzt können wir jetzt mach ich heil dich ich heil dich jetzt ist es gedrückt ich schaue ich denke an treppe bitte also runter hier von der bühne jetzt kommt hier nicht hat er auf mir ich liege ja weil sie sind eine ruhe oder was auch schalter und schalter und steht aber warum okay türen sind offen das ist okay ich bin bei dir leistung nehmen ja ja ich Zhang ja ja ich muss gerade nach der tra vor ich halte mich mal gerade ja nicht mehr viel ich liege fahrer und und das war die säule gerade noch auf der anderen seite vom sonntag klettert gleich über der kommt er springt er ist schön weiter vorgehen bei mir das bei mir das bei mir das bei mir alter von hinten Mopi Mopi hinter dir Scheiße ja ich komm dir nicht mit alter macht weiter davon ist der Schutzraum ja ich will grad versuchen durchzukommen aber ich komm nicht zu ja 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 ich gebe dir auch die Deckung alter genau genau Daniel ja ja ich versuche es gerade ja rein und zogen ja noch fiesen ne Jan kommt Jan kommt ja 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 und zu machen von hinten kommt jetzt eine neue Tore jetzt müssen wir auch sterben ach so ja so Mopi jetzt brauchst du einfach nicht mehr schießen ach ich mach aber oh Gott ich krieg alles live mit alles für die Statistik man zieht Mopi einfach gar nicht mehr Daniel ernsthaft jetzt da ist einfach ne ganz viele Zombie-Leichen auf Mopi drauf und mittendrum guckt so ne Pistole raus hier guck alles klar boah Alter das ist nicht das neue Ding es ist gar kein Tore das ist grad das neue Einkaufszentrum gewesen das ist doch super das ist wie aus dem Rücken von dem einem Zombie so ne Pistole rausragt das ist doch schön so ne so ne so ne ach da sind wir wieder Hallöchen gut gleich ladet gerade ja und war hier keine Moni ach doch wir haben ach da ne da liegt noch ein das nervt soll ich das nehmen oder wer ne der Leis braucht auch eins das ist doch schon egal wir haben's ach jetzt ist ja das mit dem Konzert so lange es dabei ist jetzt ist die Rettung jetzt haben wir Finale wir haben wieder ein Finale ja 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 nein das war für mich eben schon Finale ihr könnt ja Tab drücken dann seht ihr das ach ist das das Finale ja in so bei einem Konzert ja ja gut dann auch schön der Tank nochmal wollen wir nicht lieber Einkaufszentrum wieder machen ne was ist das ist das weniger schlimm nein halt ich nicht aber es ist anders kacke naja du hast halt relativ viel große freie Fläche das ist eigentlich ganz nice tatsächlich ja es ist nicht so verwinkelt oder blöde die Tribüne weil er da echt viel fest hier ist ja wir müssen gucken dass wir auch auf der Bühne bleiben wir können eine Zweitwaffe also eine zweite ja weil er die Giegel wahrscheinlich hast ne mit acht Schuss ne 12 oh du kannst ja keine zweiten ach so ach so ich sehe was du hast ja ja wollen wir einfach mal sonst ey ohne Witz dieses rumschieben hier überall in so nerven mit diesen Charakteren ich wollte jetzt ach so ähm das ist dann grad einfach durch die Wand geglitscht oder ah ne die Tür war auf nein er hat die Tür aufgemacht und ich hab sie wieder zugemacht bei mir ist das aus als ob ich dann durch die Wand geglitscht wär ja nicht dass wir schon soweit sind ich hole meine Geduld auch mal vorbei deswegen es sah halt einfach aus als ob du durch die Wand geglitscht wärst weil sich die Tür bei mir gar nicht bewegt hat ne die Tür war auf aua aua ja was schießt warum denn wofi kommt ja 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 der hunter ist auf dem buch clown warte ich komm so die witch wie fühlst du dich irgendwo was wie fühlst du dich gut und dir ja vorsichtiges moment hinter dem wagen da hinter dem wagen der boomer bauftragte hat wieder zugeschlagen hm 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 ich hab einfach nur aufgenommen vor allem nicht den auslüsser drücken bitte nicht 9 nach hier oben hier oben sind wir hier oben des dingent vorkehrend kräften wir können hier feuerwerke gehen so müssen wir eben müssen wir machen und haben sie aufgeschreckt deswegen nicht ein bescheuert mich mal grad ja macht das und dann nimm den neues hier vorne ist auch ein defi noch hier oben sie pillen immer 1 hier oben ist ein defi die auch aber wollen wir alle heilen oder wo wir oder nie wartet man dann nämlich lieber das da unten des munitions wir müssen uns eigentlich jetzt hier irgendwie verteilen dann oder was ist das beste würde ich hier hier sind spritzen die sind gut für den tank wir können mal kurz gucken ob wir noch mehr liegt zwei weg an der bühne können wir bin glaube ich auch benutzen um die zombies anzuzünden ausgelöst wird ja von hier oben ja wie gesagt so um den tank hier ist molly nehme ich noch beim tank wenn wir uns verteilen wissen wir nicht wo der tank genau hingeht da stimmt da müssen wir uns wirklich aufteilen dass dann quasi auf die tribüne auf wir gehen ja tribüne oder halt auf dieser posten ja ja oder halt da hinten wo man bei steht oder sie haben die bühne da wo man steht da und die die beiden hier oben in der tribüne genau wobei das war nicht so schlecht wenn wo ich sind weil hier vorne ist halt die munition und die bühne bei mobi ist ja aber es gibt ja nur ein von dem ding an nur den auf dem du stehst wenn wir uns verteilt hinstellen wollen dann werden die beiden auf der tribüne noch die beste verteidigungsposition auch wenn wir nicht so nah an der muni sind dann gehe ich da hoch oder oder willst du dahin ich würde sagen ich gehe dann dahin weil da kann ich von hier auslösen bin ich schnell da okay soll ich dann auch heute bleiben oder sogar ein bisschen rum tänzeln kannst du dich mit daniel dann da koordinieren an der bühne der jahre ja dabei ich meine danke von mir ist die plattform tänzliche wie sie auf der bühne hier rum oder drumherum oder genau deswegen gucken wir mal okay und wer zielt jetzt in welche richtung das ist eine gute frage wohin zielt nach ob sich seine eigenen posten verteidigen und gucken dass die anderen beschützt werden wenn die von einem speziellen angegriffen werden ja oder wir stellen uns jetzt hier so hin ja wir müssen gucken was wird gegenseitig teils sind ja wir haben ja 20.000 versuche also von daher alles ich guck mal ob hier die richtung und von da was kommt also ich fand da vorne bestimmt also ach so oder hast du mit der piste geschossen ja ja die piste warte mal was hast gesagt wo waren hier vielleicht noch mal die dingen wegen der doppel oder war hier nichts ja dahinter der nation lag eine also rechts von dir ja danke ich habe es danke aber ja dann guck mal hier hinten auf meiner seite okay ja ich bin auf der bühne ich kann mich umgucken so die toiletten und von dort ich versuche mich auf die rechte seite zu beschränken auch mal was coach sagt von der tribüne aus ja man muss halt kommt ein bisschen hinter hinter mir irgendwie jemand spawnt deswegen richtig aber hier kommt wahrscheinlich auch rechts welche aus dem notausgang leist also von daher ja klar naja würde ich sagen wahrscheinlich auch von links ja ja mach einfach mal wir gucken okay alle ready ja ja gut licht ton kamera action gut gut dass wir das für zeit haussee mehr okay ich muss okay 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 seid ihr bereit ja das war konzert als signal ja ja also es kommen da ist jetzt zu okay aber von hier werden wir sind bitte in kommen bei dir ist oben so ja aber das natürlich links von der bühne doch ich hatte hier kann leben unter jumpen und das hat mich halt ja 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 ich gehe denn hier charter unter dem obi und sehen smoker smoker hinten hinten in der ecke hinten links von euch da warte ich komme ich komme ich komme ich komme hunter hunter bei mir in die ecke zogen nicht mal starten alles gut ich hatte auch gerade versucht zu verteilen auch die zu helfen aber einer ist auch hinter dir ja toll das war knapp mehr boomer hat mich auch hinter euch online und hunter und hunter alles da oben in der ecke hat und tank bei wenn man immer von vorne anfang wir haben ja nicht mal start gedrückt ich suche mal start damit schneller vorbei ist das ist nur das feuerwerk feuerwerk wir haben klar wir schon gestartet ich bin tot ja ja das ist das für das feuerwerk einfach nur ok ganz blut gefragt machen wir 22 also zwei leute wäre sowieso sein fall gewesen ich wusste nicht warum auch du auf einmal da hinten bist jan weil der smoker mich zu in die ecke gezogen hat und da war ich ich war bei den ja habe ich mitbekommen alles gut da war auch viel durcheinander also ja oder so ja alles gut ich hatte ja noch ein slot dafür frei das spiel mit sich ja ja ich weiß was du meinst aber wegen lonely weil eben so viel geredet wurde es ist das was curry spielt ich weiß ja ja das ist ein 3d papers please keine ahnung ich habe es mir nicht angeschaut ach so ja das ist diese und sei grenze oder diese russische ding ins pump so ja ja aber wie gesagt ich habe es mir noch nicht angeschaut aber mit tür zu oder mit der reine dir fehlt ein arm da ist der kopf geplatzt auch hier ist eine bombe sorry tut mir leid ja oh gott die herrschaft bekommst und ich jetzt jetzt nicht mehr jetzt du hast ich hab ich da ja ich hab ich embargo ich ich hole ich doch mhm der tritt hat immer nur mit dem einen natürlich ein spezielles training hat er how geht's dir noch nicht gucken na ja ich schmeiß mal ein bisschen feuerwerk in die ecke hier wieder vorbereiten elektro schocker wenn man auch noch benzin kanister wenn sie kann ist dann immer auf der tribüne aus ist das ding hier weg warum wir das denn hingestellt ich gehe auf alle fälle gleich wieder hoch und hoffe dass nicht ein splitter direkt wieder mein ding ist vollkotzt weil nur deswegen muss ich runter ich habe geführt hält dein leben verloren wobei ich da vorne ist auch noch mal monier bescheiden naja gerade mal von hier rechts kommt ja was das heißt ich werde hier rechts mal so ein dinge zu schmeißen wie ach hier unten sind jetzt die packs auch schön muss muni dann nehme ich noch eins auf der tribüne immer genau da und dann ja noch habe ich das ist das denn nicht okay dann machen wir so hat man da drüben das feuerwerk dadurch kanister hier liegt ein kanister ich gehe ich gehe noch mal auf die bühne und starte mit der ganze geschichte hier und dann kommt und dann komme ich zu den einen dieser tür mal da hoch hier ist hier das macht sinn wenn ich hier noch ein kanister hinlegt keine ahnung hier noch ein definieren dann ja theoretisch können kann ist das wenn ich hier noch ein kanister hinlegt meinst du das macht sinn wo bist du hier auf der tribüne ich bin ich bin gerade überlegt guckt euch mal die die heilung an macht es sinn dass ihr zeug nochmal heilt dafür haben wir alle zu viel eigentlich weil umso mehr leben du hast umso weniger wird ja auch geheilt wenn du mir die peck nimmst ja ok sagt mal hier oben ok ok es kommt zwar welche hoch aber es geht noch also ok dann hier dann ziel ich auf den eingang wieder hier bleiben wenn mich nicht ins bild da gleich runter ok leist wie wir gehen dann auf die andere auf der anderen tower dann soll ich auf den oberen eingang ziehen machen herkommen ich weiß nicht ob von da was genau genau da macht ihr macht die ecke wir machen die andere ecke aber am besten so bis ein bisschen über kreuz die kommen nur von oben und von unten hier bei dir dann ziehe ich auf den oberen eingang so kannst du da bleiben wir zu zweit macht es glaube ich sind dass einer oben ist und einer hier weiter unten dann schießen wir uns auch nicht gegenseitig an ja dann kann ich hier den aufgang auch ein bisschen absaufen ja ok ok hier und das geschäfts gefecht auch hier und das adrenalin ja einer muss immer lichter machen dann kann ich unten starten also geht's ich bin bereit wir haben die mist kerle ein paar ok 2 1 los ok let's go jetzt kommen die doch hier guckst du auf guckst du auf die dinge ist also ich gucke ich habe wir so ein bisschen scheiden hier bei mir hoch die klettern auch an der seite ok ja du kannst du wegschießen ja ja hunter 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 da oben kann ich nicht in vielen hat das vorhanden das jockey auch mehr mein dach ist ja ist gut ich habe oben die ein paar oben die wir sind so wieder ein bisschen brauchen live bei dir das runterspringen kostet halt super viel ja ein mann ich habe hier bei mir welche auf der plattform ja ich bin muss ich hier mal kurz helfen am dingen ja und da hunter hunter und tank 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 aber schon er brennt schon und jockey aus der richtung ich habe mir keine jockey ist tot und nachladen bei mir bei mir eine plattform oben ich komme gar nicht hoch also du liegst unten okay gut ich geh zum opi links kommt ganz viel ich brauche wundern ich gehe am boden ich gehe am boden dein ist der einzige der noch steht nicht jetzt nicht beschützen ja steh auf nein kann ich nein Boomer 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 ja ja das war's ich sehe halt nichts ja alles gut hinter dir sind einfach fließig einen bis hin bis hin ja bis hin das war's ungünstig dass das hier wieder in der umlag ja nein warum kann man nicht aufstehen das was los ist niemand absolut niemand hat eine bessere lichtshow als die midnight riders erst mal mit der pistel rumballern hier aus damit hier ja gut hier hinten ist egal weil da vorne gibt es ja wir neun mann ja wenn wir hinten kuchen liegt ja hier um was rum na jetzt gut mein freund aber auch die herrschaften es kommen doch geht doch jetzt ja ich kann die rade ich habe ja ich habe mal kurz auf der leber noch nichts wenn wir direkt starten warum denn so wieder im geschäft weiß kommen wir auch kommen wir kommen sowohl ich wieder was da oben mit munition auch wieder keine moni auf jeden fall liegt ja was geht eigentlich kommt gar nicht nur obwohl ich wohl ich denn die heilung ja hier oben hier oben bei mir schließlich achtung bei der mucke ja ja in den arsch geschossen die steckt aber auch wieder adrenalin ja nicht mal den feuerwerke dünns hier nach oben guck mal hier liegt auch schon ein kanister ich schmeiß mal hier vorne und dingens hin so einmal feuerwerk ist ja unten würde ich mal eben da oben ich war dann gehe ich kann das erst mal ich packe das erst mal hier zu den waffen und zur munition hin wir können es ja von hier aus verteilen und also ich gehe ich gehe gleich wieder ganz nach oben welche und wieder gezündet habe wir können es ja von hier aus in alle richtung schmeißen steifelt bei ein da kommt was schießt den immer mit der waffe hier ist eine reife meine achten gut über die munition haben genau passt mal auf da drauf auf dem kann ich dann machst du gut hallo freunde ok also ich ziehe hier oben hin weil die kam die kann ich von ganz oben hier auf die hinten auf die trüge ewige option ja ich habe da hinten wo du gerade warst aber mal ein feuerwerk ja ja alles gut ich meine generell das sind ziemlich nämlich weil du kannst nicht wirklich drauf hin zielen und drauf schießen guckst du noch und nach was hier ist oder immer noch unsicher wohin gehst naja was was am besten hier ist ja vielleicht sollten wir hier alle irgendwo oben auf der bühne sein und nichts bei oben zwei unten vielleicht not bad das haben wir eben auch da wo du bist da waren hier haben wir glaube ich somit die meiste übersicht würde ich mal behaupten ja deswegen deswegen halt zweier teams dann können wir können wir besser gucken das problem ist das bitte kann natürlich genau auf die dinge hier oben auf das hatte ich ja gerade vor allem nicht ja runter gesprungen damit ist dann nicht nur die oberste sondern auch die untere ebene dann hatte ich ja auch ja selbst wenn die zombies sind ja aber genau das runterspringen da ist halt weniger gefährlich als bei dem turm auf dem du gerade eben warst das auf jeden fall stimmt weil ich habe jetzt zweimal also da oben stehe ich eigentlich ganz gut wo ich die ersten zwei runden jetzt stand das problem ist halt sobald er einmal der spieler was hinschmeißen ansonsten wir stehen da oben liegst du dann da oben oder verletzt sich beim runterfallen ja oder du frisst halt die ganze zeit nur damit also wer würde das bitter dann nicht nach oben schmeißen dann würde ich die ganze zeit da oben stehen bleiben weil da war ich eben safe das ist der mit der zunge ne ja der hatte mich ja auch hier gewischt das heißt ich gehe dann wieder ganz nach oben smoker ist der mit der zunge der hat mich eben erwischt du willst du aber dann was willst du abdecken ich gucke gerade mal hier nach rechts also sprich in richtung ja von der tribüne aus gesehen nach rechts kannst du möchtest das wird nachher sowieso hektisch werden weil die dann von allen seiten kommen ja ja ich wollte gerade sagen aber jetzt erst mal wie gesagt von der ebene da oben drüber und dann dahin gucken also ich kann dir auch theoretisch hier drüber du kannst ja mal kurz hoch und gucken also ich würde auf jeden Fall ich würde gucken dass ich die leiter und in den innenraum rein genau dass ich praktisch so von der bühne bis hier nach oben und die leiter wo wir hoch kommen absicher da wo sie dann auch lang klettern aha dann hast du zumindest von hinten schon mal freie bahn ja ja es ist halt nur schwierig weil die kommen ja von unten und von oben ja deswegen muss man gucken wir müssen ein bisschen agil vorgehen ich weiß ja kann man auf die plattform unter daniel ja ne ja ja kannst du schon aber da sind sie halt direkt ja da springen die ganz einfach drauf bei der drüber da müssen sie immer noch klettern ja gut ach die niklas vor allem von der ebene kann ich auch besser auf den feuerwerksdingen schießen der da von ganz oben hast du so oder müsst euch beide auf der ebene an abstellen und ein bisschen gucken dass er da eh rücken an rücken arbeitet ja wir gucken ansonsten macht dann den fernkampf ich mach den nahkampf und ändere dass die herrschaften hoch kommen ja wir können ja immer noch fallen einfach so wie es ist wenn wir auf können wir oben machen richtig genau so ein bisschen rotieren müssen wir eh so oder so ein bisschen wir müssen doch nicht das licht an machen es ist doch auch so hell genug ich mag der heli soll ja wissen wo wir sind und dass wir hier Hilfe brauchen ja der weiß ja nicht wo wir sind deswegen machen wir das egal GPS gibt es nicht ja egal wir haben alle uns wenn die es vergessen lassen wir hätten jetzt ein paar noch da alles schon fürs finale vorbereitet das ist doch schön mir jaxruhe ok ihr seid auch position ja ja ok und auf geht ja ja bei euch und smoker und jawohl ja und smoker und jawohl ja ich mache das schon machte mal fernkommen ja 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 jaja ja 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 habe ich bei euch da war das zu hallo hallo da hat er dann wenn du kannst wieder runter gehen und ich muss mich hier nicht mal fragst du dich wie sind die gerade da hochgekommen mit das bitte bei euch wenn ja ich sehe es und daher und jockey 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 ja leist neben dir ist hängen ich habe gerade gemerkt in einem kurzen lokalen da kommt das tod ist tot ich halte mich kurz ja ja ich brauche mal kurz nicht so ich auch ja ich gebe die deckung bitte aber daneben geschossen wir gehen wieder hoch das bitte auch ein dingens nein es wird ein wenig getroffen das ist gut nein smoker aufmacht hatten hatten und ich glaube ich habe gerade doch wie wir werden müssen hier ja weil es war nicht wo ist aber ich habe auch gehört ja ich glaube hinter uns also bei uns bei uns ist das ok nicht mehr hat er unter dir unter dir und er ist es gerade so wie ein guter ich gehe auf die bühne jockey 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 bei uns bei uns bei mir das bei mir ist bei mir bei mir ab 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 scheiße boomer oder irgendwas hat mich an ich bin bei dir da ich bin bald ja nein es macht was mir aber jetzt muss man ja scheiße boomer schon wieder lässt mich darum ich habe mobil das gut also und da weil wir der ist tot und mit mir mittel die bedeckung ich muss mich heilen ja ich weiß also ich glaube ich glaube bei dem alten standort da drüben okay jetzt haben wir zwei okay wir haben doch geworfen ist tot okay da war noch was ja der tank ist hier noch habe ich habe ich wir werden aber nicht die zeit dafür haben der tank krabbelt hoch zum opi tank ist oben der wäre schon gegenüber der lebt noch jetzt jetzt ist aber und du scheiße gekommen oder ob die meute und denkt ich habe keinen rolle denikopter kommt alle bereit machen das muss ich machen noch mehr zu uns einfach nur schon mal in die richtung kommen ich habe gleich keine gesundheit mehr in der tank ja ich habe schon dabei ja ich komme gleich zum helikopter ja dann haben wir schon mal beziehungsweise jan und wo ist okay und zum buch ist beim heli also mobilikamente auf dem heli ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe ich glaube man kann nicht rein ja jetzt bin ich bin drin ich liege okay egal du bist drin oh gott hat mich außer gefecht gesetzt oh nein jetzt bin ich gespannt das ist dir gewidmet das ist dir alleine gewidmet moppi hat mich am ende noch umgebracht damit ich nicht mitkomme oh zweieinhalb stunden zweieinhalb stunden ja war aber glaube ich immer noch kürzer als einkaufszentrum ja und wir haben nicht auf leicht drunter gestellt das stimmt nicht auf leicht drunter gestellt bei beiden heute aber nicht benutze die gar nicht wir haben gar nichts umgestellt heute geschütter hunter boomer 18 hier ich bin wer boomer mocha 11 mocha 24 ui jockeys 16 spitta 12 mit lights zwei tanks drei aufstehen aber ernst schön oft jetzt oben was habt ihr denn hier macht die andere zeit am wenigsten schaden erlitten ja 5000 mobierhut hey ich bin heilungsbeauftragter ja genau ich kann sechs und zwanzig prozent kopfschüsse vier prozent na gut na hab ich acht 4800 zombies ja fast beim letzten mal das ist okay haben wir ein bisschen mehr vor was es über die nächste sequenz gibt wir haben es geschafft das reicht heute ohne witz nee ja heute nicht nee ja ja gut jetzt weniger da aber ja weil ja 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 hui okay Musik Musik